Für den Bundesrat und die Wirtschaftsverbände ist es eine Blamage, ja sogar ein Desaster, das Ja zur Masseneinwanderungsinitiative. Gestern wollte sich Bundesrat Johann Schneider Amann dazu noch nicht äussern, nun nimmt er gegenüber ECO Stellung. Vor der Abstimmung war der Wirtschaftsminister noch zuversichtlich, dass die Initiative abgelehnt würde. Wie konnte der Bundesrat die Situation derart falsch einschätzen? Das war die erste Frage, die ich ihm in unserem Studio in Bern gestellt habe. Ja, ich gebe gerne zu. Wir haben uns verschätzt. Ich war tatsächlich zuversichtlich. Ich habe mir gesagt, es betrifft das ganze Land, es betrifft Direktor oder Indirektor jeden Arbeitsplatz. Ergo wird die Schweizer Bevölkerung besonders sorgfältig überlegen, ob es ein neues System sein darf oder nicht. Und jetzt will man ein neues System. Das ist zu akzeptieren und wir werden auch ein neues System herstellen wollen und herstellen müssen, das dem Standort nützt. War mir nicht ein ganz tiefgreifendes Problem, dass nämlich die Wirtschaft oder die Bevölkerung nicht mehr akzeptiert, was die Wirtschaft will, dass die wirtschaftspolitischen Vorstellungen nicht mehr mehrheitsfähig sind. Die Abzoginitiative hat es schon gezeigt, jetzt wieder, was die Wirtschaft will, wird nicht mehr akzeptiert. Ich glaube, die Bevölkerung will beide Seiten der Medaille. Sie will auf der einen Seite den Wohlstand, das Wachstum, das dazugehört, die Sicherheit des Arbeitsplatzes, das ist alles gut. Und das ginge ja nicht ohne Fachkräfte. Und auf der anderen Seite wollen wir Kulturland, wir wollen tiefe Wohnungszinse und so weiter und so fort. Das zusammenbringen ist schwierig und das wird jetzt unsere Herausforderung sein. Aber da hätten Sie doch diese Probleme aufgreifen müssen und Lösungen vorlegen müssen. Und genau das hat der Bundesrat nicht gemacht. Doch. Sie haben immer nur auf die Probleme hingewiesen und Sie haben keine Lösungen gezeigt. Nein, nein, nein. Der Bundesrat hat viel gemacht. Er hat dem Parlament vorgeschlagen, die Scheinselbstständigkeit zu bekämpfen, arbeitsmarktliche Eingriffe zu machen. Ich habe es gemacht und zwar gegen meine Überzeugung, aber weil ich wusste, dass man den Arbeitsmarkt unter Kontrolle kriegen muss, wenn man nicht den Volkswillen herausfordern will. Jetzt hat das nicht gereicht, die Zeit hat auch nicht gereicht und wir sind jetzt in einem neuen Regime. Aber gerade diese flankierenden Massnahmen, die Sie hier ansprechen, die haben offenbar einfach nicht gereicht. Kann man sie jetzt abschaffen? Jetzt brauchen wir sie nicht mehr, oder? Ja, das ist jetzt viel zu früh, um darüber zu reden. Also was wir wissen ist, dass die Personenfreizügigkeit, Lesart, Europäische Union, sich nicht vertragen wird mit einem Kontingenzsystem, wie der Souverän gestern entschieden hat. Da müssen wir irgendeinen Ausweg finden. Je nachdem, wie der Ausweg ist, sind es dann weiterhin flankierende Massnahmen, ist es dann weiterhin in irgendeiner Form ein Entsendegesetz. Geben Sie uns Zeit, wir brauchen ein paar Monate, ein paar Wochen zumindest, um beste Lösungen aufbereiten zu können. Die CS spricht heute Morgen, die CS-Ökonomen sagen, in den nächsten drei Jahren werden wir 80'000 Jobs verlieren, wegen dieser Unsicherheit. Sehen Sie das auch so? Wir haben eine Unsicherheit und es muss darum gehen, dass wir diese Unsicherheit möglichst schnell beseitigen können. Da braucht es jetzt alle. Ich werde Wirtschaftschefs einladen, ich werde Sozialpartner einladen, schon in den nächsten Wochen, um Auslegeordnung zu machen, um Ideen zu kreieren, zu Handeln des Bundesrates. Es ist im vitalen Interesse dieses Landes, dass wir diese Unsicherheit wegbringen, damit hier investiert wird, damit die Firmen hierbleiben, damit Firmen wieder hierher kommen. Denn das bestimmt am Ende des Tages die Beschäftigung. Und die ist bei uns so fantastisch, die dürfen wir nicht riskieren. Aber haben Sie solche Zahlen auch? Haben Sie ausgerechnet, was uns das jetzt kosten könnte in den nächsten Jahren an Jobs, dass wir jetzt das Problem mit der EU haben? Ich spekuliere nicht und ich habe keine Modellrechnungen, die mir sagen, es gibt dann so und so viel weniger Jobs. Die Initianten haben gesagt, wir wollen die Wirtschaft insgesamt weiterhin befördern. Sie haben gleichzeitig gesagt, wir wollen die Zuwanderung reduzieren. Und die Initianten werden uns jetzt in den nächsten Wochen zeigen müssen, wie man diese beiden Herausforderungen auf einen Nenner bringen kann. Das wäre ganz schwierig. Haben Sie sich auch als Bundesrat, als Wirtschaftsminister zu wenig eingesetzt? Weil man hat das Gefühl gehabt, Frau Sommaruga ist immer im Mittelpunkt. Und Sie sind überhaupt abgetaucht? Nein, ich bin nicht abgetaucht, in keinster Art und Weise. Ich war an vielen Anlässen. Ich habe mich wöchentlich eingebracht. Ich habe ganz bewusst auch Regionen aufgesucht, wo man wusste, dass es heikel sein könnte. Wir haben Vor- und Nachteile aufgezeigt in beiden Fällen. Die Wirtschaft hat ein Glaubwürdigkeitsproblem, aber offenbar haben auch Sie persönlich ein Glaubwürdigkeitsproblem mit all diesen Enthüllungen in den letzten Tagen mit Offshore-Firmen der Amman-Gruppe. Jetzt steht schon wieder ein nächster Vorwurf im Raum. Sie hätten dem Parlament keine Informationen gegeben über die verschiedenen Mandate, die Sie in diesen Firmen in Luxemburg und Jersey gehabt haben. Sie hätten da die Transparenzvorschriften des Parlaments umgangen. Also wenn Sie mich jetzt so angreifen, dann geben Sie mir bitte zwei Sätze Antworten. Der erste Satz heisst, Ammanns haben alles transparent gemacht, alles legal gemacht. Die Steuerbehörde war immer im Bild. Steuern wurden immer bezahlt. Die Familie Ammann hat kein Geld aus der Firma genommen. Und das ist vom Tisch. Da will ich nicht für das, was die Familie über Jahrzehnte und Generationen geleistet hat, von Medien angegriffen werden. Das ist nicht in Ordnung. Gut. Was die Offenlegungspflicht dann betrifft, ich habe vor der Bundesratswahl auf einer Liste gestanden. Der Beobachter hat diese Liste erstellt. Da waren tatsächlich Mandate nicht gemeldet. Aber nicht nur von mir nicht, sondern von den anderen Kandidatinnen auch nicht. Gut, aber man kann es nicht auf die anderen schieben. Weshalb bei Ihnen nicht? Das war eine Unsorgfalt. Es war ein Fehler, selbstverständlich. Wir hatten aber immer über die ganze Zeit die Holdinggesellschaften gemeldet. Und jetzt ist eine Diskussion losgegangen, wie müssen Tochtergesellschaften gemeldet werden. Es waren von mir insgesamt alle Mandate irgendwie sichtbar, nicht zu jedem Zeitpunkt ganz genau. Das ist ein Fehler. Und ich habe mich im September 2010 dafür auch entschuldigt. Haben Sie in den letzten Tagen an Rücktritt gedacht? Nein, habe ich nicht. Ich habe mir gesagt, du hast dir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich habe mir gesagt, ich habe anständiges Unternehmertum betrieben. Und ich habe mir gesagt, du bist eingestiegen in dieses Amt, um mitzuhelfen, Wirtschaft und Politik zusammenzuführen, zum Wohle des Landes. Und Wohl des Landes heisst für mich Beschäftigung, Vollbeschäftigung, möglichst allen eine Perspektive. Und dafür will ich kämpfen. Und deshalb ist dieser Gedanke für mich fremd. Sie machen weit und bleiben in jedem Fall im Amt. Besten Dank für das Gespräch, Johann Schneidermann. Danke Ihnen.